Die Soldaten... Aua! Alter, was geht ab? Ich gehe gleich mal nach unten! Hinter dir! Ich bin gleich tot! Ich bin tot! Au! Ich auch! Kannst du mir helfen? Zum Glück kann man das leider ziemlich weit werfen. Ich habe auch keine Heidrenke mehr. Ich werde noch öfter sterben. Den langsamen Bogen würde ich haben, der macht mir Schaden. Da ist ja noch so viel. Du, das gefällt mir gar nicht! Ah! Du Mistvieh, geh weg! So. Und tot. Das war's! Meine Güte, war das viel blöd. Oh nein, ich durch die Flieger! Oha! Aua! Ich habe Schmerzen. Schlimmer. Ich seh die momentan nicht. Oh, die verpesten sich zu schnell wieder. Nein! Meine Gnade der Heilersmädchen! Was? Kann ich helfen? Oh mein Gott! Jetzt. Das habe ich gekauft. Ja, wir können euch töten, sagt er. Das kann ich allerdings auch. Alter. Was? Ich zieh dir ab. Scheiße. Die sind Retsviolen. Nein, die kann ich gebrauchen. Was war das denn? Die nehme ich auch gleich mit. Die Retsviolen. Für die Königin der Dunkelheit. Äh, was ist denn jetzt so ein Problem? Die ist mir in den Kopf gesprungen. Du Arschloch. Die sind tot. Was? Den würde ich ja nicht haben, den blöden Schild. Kommen wir nach oben? Sie kommen gleich zu hoch. Ne, ich glaub das war der falsche Weg. So jedenfalls nicht. Ist mir noch nen anderen? Ist hier wieder irgendwo ne Explosion? Möglich? Nein. Hier unten geht's noch weiter, oder? Kann sein. Ja. Ach, das ist einer von den Rittern hier. Geht nicht weiter. Hab ich mir erst mal in den Kopf geschossen. Was ist denn? Wo geht's weiter? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich hätte immer gedacht hier unten, weil die ganzen Gegner waren. Da muss es auch irgendwo weiter gehen. Da waren schließlich die ganzen Gegner, wie du schon sagst. Gibt das hier nicht ein Tor? Ja. Okay. Das hätte man sehen können. Ah, geht wieder nicht weiter. Ach, sieh mal noch eine Tür. Ah, längst ein Schild. Kann ich mich grad nicht um kümmern? Das ist eigentlich auch relativ egal, muss ich gestehen. Jetzt guck ich mal. Ist der gleiche wie du hast, wenn ich mit. Da ist noch ein Haltrang. Wir können euch töten. Haha, guck doch um die Ecke, du Idiot. Ist ja schön, dass er uns töten kann immer. Wir können euch töten, ja. Ach. Steht dir das vor, das können wir auch. Oh. Ist hier ne Pfeile mit Bogenwaffe getötet. Pfeilschaden erhöht. Oh yeah. Pfeile! Au. Das finde ich sehr gut. Was? Kommt hier denn noch von mir her? Komm von oben. Penner. Alles Gute, komm von oben. Ne, in diesem Fall nicht. Über Räder? Das gehört jetzt nie. Hier ist ein Bogen. Bis der Chimäre, sag mal. Hier liegt dauernd bis der Chimäre. Hier ist noch so ein Retzstein. Ne, ich hab glaub ich drei. Ja, ich hab drei. Aber geht ja nicht. Nicht wirklich. Ja, das stimmt. Okay. Das ist aber auch buggy. Ja, aber das geht ja noch. Wir werden beschossen, sobald wir diesen Ort verlassen. Einer von uns sollte nach rechts ausbrechen, auf den Turm zu, um ihre Flanke anzugreifen. Genug der Taktik, Cadoc. Machen wir das Ding einfach fertig. Da ist die Überliste. Das geht doch nicht. Drück mal vor. Wir gehen hoch. Das ist ein Bogen. Keine Ahnung. Oh, komm, Mädel! Hör auf, um zu zuckern und geh da hoch. Aha! Das hat reingehauen. Hallo, Siegerledy? Ich hab ihn abgeschossen, der dran stand. finde ich gut ich hab die hier auch mal gekillt oder kommt was ane das ist ein ritter sind die ritter ich denke immer was ich habe nicht wo sie noch eine zeit und zwar nicht gelaufen er wird die schleichen ja nur um die anderen diese komischen ritter machen gar nichts weil wir jetzt zerstören oder nicht ich hab auf jeden fall den Schützen da weggeknallt wir sind hier hoch oder? ein Schwert ich werde etwas knapp an Mana äh Heiltränken das ist nicht gut auch auch was machen was ich hier wegkomme hm den habe ich oh oh euer Blut riecht so süß lol ist er runtergefallen kommt hoch und fällt wieder runter finde ich gut euer Blut riecht so süß sag mal oder widerlich unten läuft einer ne ich hoffe nicht mehr geht die Munition nicht aus die Frage ist was muss man machen ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung versuch doch mal die Steine da weg zu ballern die leuchten so schön links rum ich brauche eine Ballista äh komm jetzt nicht mehr ran ach da unten die ja ja ich brauche eine Ballista so im Globo steht einer du hast aber auch wenig an ja ihr habt es geschafft ihr habt uns gerettet ich weiß nicht wie ich euch danken soll da eine Belohnung mit Geld nicht in Frage kommt könntet ihr uns helfen jemanden zu finden die Tochter des Oberbürgermeisters ich habe sie nicht gesehen aber ich weiß wen ihr fragen könntet Peridor er hat diesen Aufstand angeführt aber die Varga haben ihn wieder gefangen wenn ihr ihn befreien könnt dann kann er euch vielleicht weiterhelfen die Varga waren auf dem Weg zum alten Tempel tief in der Wildnis dort müsstet ihr ihn finden bei diesem Auftrag ist nie etwas einfach was schöne war zu sein ja mal gucken das sieht nicht gut aus wir kommen immer tiefer in den Wald und noch immer keine Bürger zu sehen wir können nicht aufgeben wenn du das Opfer wärst dann werde ich auch weiter nach dir suchen das ist irgendwie süß auf eine kranke perverse Art wow er sagt ihr was Nettes und sie das ist das so ein schönes das machen wir wahrscheinlich ne die sehen anders aus aber der Wald sieht mal schicker aus hier mit dem willst du das Gehrpunkt ausgeben? nö gut ich brauche ich brauche mal über den den Haltrank von daher einen ich hab gar keinen ich bin ganz schön angeschlagen verdammt ihr habt kein Recht ihr dürft uns nur mit dem Verrückten unterwegs ja einsperren alle einsperren was ist das? oder den Viecher zu fressen vorwerfen ich war ein Leibwächter des großen Königs von Dyfed es war ein dunkler Tag als die Dämonen von Kalamor unsere Stadt angriffen doch der König ersann einen Plan uns zu retten er bat uns seine treuesten Soldaten ihn in die Wildnis von Gobert zu begleiten um die mächtigsten aller Bestien zu suchen Drachen der große König hatte einen Edelstein mit dem er die Drachen seinen Willen unterwerfen konnte wir fanden einen Drachen der König hielt den Edelstein in die Höhe er wehrte sich griff den König an doch ich schließ ihn zur Seite der Kiefer des Drachen schloss sich um mich er hat sich einen Glückwunsch so kann ich sagen er ist mein Held so bin ich lieber kein Held und lebe noch tja lieber feige und am Leben ne als tot und dann Held na das sieht doch schicker aus hier aber auch ein Schickling aus ah komm näher ja wir kommen tatsächlich näher der wird größer kommt schon wieder was mach den Mann fertig ne ich kann den Fotoschluss machen aber ich weil ich schon schneller war als du ich habe ihn in den Kopf abgehackt ich habe ihn in den Kopf abgeschossen ich habe ihn in den Kopf abgeschossen ist ein Unterschied du hast recht entschuldige mich sie schießen nach uns ich mag Stellungskriege nicht ich mag Stellungskriege nicht ich mag Stellungskriege nicht Aua ich bin echt gleich tot So, der ist schon mal eingefroren. So, der ist tot. Immer mehr von denen. Jetzt ist er weg. Oh, ein Schuss und ich bin tot. Der Beschuss ist zu stark. Der Beschuss ist zu stark, das sagt er mir. Das ist doch alles Quark. Sie ist auch tot? Ne, noch nicht. Nein. Komm hoch. Geh zur Seite. Hier, sie ist ja tot. Boah, ich brauche unbedingt einen Lebens... einen Heiltrank, einen Lebenstrank, was auch immer. Sonst bin ich hier gleich Matsche, Patsche. Ja, vielleicht kommt er gleich wieder eine Vase oder was. Hoffe es. Bis zum nächsten Mal. W ob man brauche, kann man sie in die Windisch-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet-Jet.